Untertitelung des ZDF, 2020 Krono-Nizua, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gerne bei Ihnen essen. Bitte japanisch. Das ist doch großartig, Chef. Du bist extra aus Japan gekommen. Aus Jena. Der Japaner kommt aus Jena. Du kochst, was er will. Aber was? Karpfen. Ihr seid meine Rettung. Sehr gut. Rolf, wir beide. Wir haben eine Gaststätte in der Thüringer Küche. Ich möchte dich nicht aufs Spiel setzen wegen einem Japaner und Fisch vom Fußboden. Ein ganz herzliches Willkommen hier in den neuen Räumlichkeiten des Waffenschmieds im neuen Japan-Restaurant. Im Waffenschmied verkehren inzwischen Filmstars und ausländische Diplomaten. Das Japan-Restaurant ist bereits auf Jahre ausgeknöpft. Und dabei gibt man sich wenig zugeknöpft. Ist das ein Buf oder was? Wenn sich vor dem Abendmahl Nudisten und Kommunisten im sogenannten Furu bat. Die auch noch. Einem Erotik-Center den thüringischen Acker vom Rücken schrubben. Das ist Wasabi. Was ist Wasabi? Koste. Bekannt. 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 Vielen Dank.